Oh, schön geklappt. Wirklich. Aber du passt auf deine Beine auf, ja, Pepi? Meine Beine? Da ist ein schnelldrehter Teil unten dran. Oh, ist die Zeit? Oh, stimmt. Warte. Warte mal, ich komme nicht weiter. Warte mal. Schönen guten Morgen, Tyson. So schön wurde das Frühstück noch nie geliefert. Kinder, wie ich es warte, bis ich wegwerfe. Schönen guten Morgen. Hi. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Okay. Ach, du wolltest zu mir? Verstehe. Matze. Matze. Wartest du mit deiner Ladungssicherung? Soll ich mal ein paar Spanngurte holen? Was? 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 Du wirst fast runtergefallen, oder? Nein. Hinten. Durch deinen Rumpetspringer. Ja. Ja. Jetzt mal ein Rumpetspringer. Jetzt mal ein Rumpetspringer. Halt los, Dickerchen. Ich bin steif wie eine Sprechstange, Alter. Normal ist er doch. Nicht umkippen, Mensch. Er kippt nicht, Mensch. Er kippt nicht, Mensch. Mach doch. Er könnte doch kippen. Oh, ey. Setz dich doch mal so rum. Wichtig. Waa! Waa! Waaa! Waa! 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 Hallo, Maria! Hoee! Hallo! Das ist so kalt. Ich bin ja raus. Hallo, Taddy! Hoh! Fresse, Fratschen! Sie haben mit Fritschen gesagt. Hey, wie seid denn ihr da jetzt raufgekommen? Bleibst du bei mir? Oh nein, ich falle ich mich vor! Siehst aus wie ein Stück Schlachtbiet! Der macht ja in Ordnung! Nein, da kannst du mehr von Zorn als Manu! Das stört nicht! Vor und hoch! Das Kippel hat sich gut gehalten, also Respekt! Eine Ewigkeit später! Habt ihr ne Panne? Boah, schön geklappt! Aber du passt auf deine Beine auf, ja Pepi? Meine Beine? Da ist ein schnelldrehender Teil unten dran! Ach stimmt, warte! Wo willst du hin? Oh! Haha! Zu cool! Zu cool! Die haben echt zu direkt! Ja! Guck dir mal die zwei Disco-Kugeln da oben an! Wisst ihr wer das ist? Das sind die Hippies, die bei Seehausen einem weit oben flungern! Die sind das! Was haben wir ihnen jetzt vor? Wir wollen mal ein paar Bootsfahrer interviewen! Okay! Wo die herkommen, was sie sagen! Gut! Guck sie dir an! Guck sie dir an! Die sind total wahrscheinlich vom Start! Ja! Wie lange? Wie lange fahrt ihr schon so? Ja! Das ist ganz cool! Wenn du da rumkriegst mit deinem Scheißteil runter! Ja! Ja! Vergiss nicht! Ja! Du musst jetzt mit Vollstritt vor! Warum bist du denn so aggressiv? Ich mach's doch ja nicht! Bleibt doch mal, ey! Da war die irgendwie die Fisse bei, oder? Jetzt sind die Helfenzeiten, ja. Was hat die da dran gehabt? Jedes Fahrzeug muss eine... Für 5 PS müssen die beim Wasserschiff mal sagen Antibildung nehmen. Du brauchst ein Kennzeichen, so wie wir. Ja. Ach ehrlich? Nö. Ich würde sagen, optimal abgepackt, oder? Geh ich, geh ich, stand nicht. Ich wollte losfahren. So ist doch schon schön. Vielen Dank, meine Freunde. Das ist das Uhr, wenn ihr hier oben tut, bitte steckt. So, wenn ihr hier los. Ja, die sind ja stopp, ja. Macht die Jungs! Das ist super, super, super. So, alle noch mal lächeln. Schauen wir euch mal diese Aasgeier hier an. Guck mal hier, noch ein Aasgeier. Machen wir noch mal ein Tiefersbild. Ey, wollen wir jetzt echt mal so einen scheiß Account erstellen? Machen wir Sprit hier rausholen für unsere Jets. War das gerade mit drauf? Christiane Schmidt. Genau. Machen wir das Video noch mal. Machen wir das Video noch mal.